Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist nach einer Kneipentour in Rostock betrunken Auto gefahren. Mitten auf einer Brücke versperrte eine Baustellenabsicherung dem 30-Jährigen den Weg. Das hinderte den Mann jedoch nicht daran, seine Fahrt ungehindert fortzusetzen. Er überfuhr mit dem BMW mehrere Barken und krachte dann gegen die Mittelleitplanke und eine Laterne. An einer Böschung kam das Auto schließlich zum Stehen. Das Trümmerfeld erstreckte sich auf über 200 Meter. Ein Polizeisprecher erklärte, dass er so einen Unfall seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen habe. Der Mann hatte Glück, er zog sich nur ein paar Kratzer zu. Das Fahrzeug war jedoch komplett zerstört und musste mit einer Seilwinde vor dem Abstürzen gesichert werden. Bei dem 30-Jährigen stellten die Beamten einen Alkoholwert von 2,39 Promille fest.